Willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon in der letzten Folge. Wollte Raupi, dass wir seinen Freund Saftkorn retten. Doch das Problem ist, Team Übel war mal wieder übel zu uns und wollte es vor uns tun. Und nun ist es ein Wettrennen, ein Kopf-an-Kopf-Wettrennen. Der Dungeon Finsterforce kann nur eine Kunde werden. Ist auch ein neuer Dungeon, genauso wie Seltsamhöhle. Äh, oder? Nein, warte. Finsterforce ist ein normaler Dungeon, da wo wir jetzt hin müssen. Glaube ich. Wir haben es hierbei selbst, ich weiß nicht, wo wir es hier gemacht, geschafft, äh, hingeschafft haben. Das würde ich sagen. Aber man sieht, oh, das ist cool, man sieht, wie man alles rekrutiert hat. Das ist richtig cool. Oh, das gefällt mir richtig. Okay, fangen wir den Finsterforst an. Wer darf mit Abenteuer? Wenn du ein wichtiges Abenteuer beschreibt hast, begeilzen dich festgelegte Mitschreiter. Sie sind mit einem Schlüssel, äh, mit dem Schlosssymbol markiert. Du könntest aber auch Pochum mitnehmen, die sich dir auf deinen Abenteuern angeschlossen haben. Ich halte ein gutes Team mit zuverlässigen Mitgliedern zusammen. Ah, aha. Naja, Bibel sitzt so offiziell in meinem Team, Leute. Ich würde sagen, let's go. Oder? Auf zum Finsterforst. Da wären wir. Safcar hat sich in diesem Ball verlaufen. Gengars Wandel ist uns sicher schon voraus. Wir müssen uns ballen. Okay. Sorry, ich muss mitzingen, denn dieser Track ist so geil. Wir machen weiter und ich kann nichts mehr aufheben, denn ich habe meine Taschen voll gepackt, denn ich dachte, wir brauchen vielleicht ein paar weitere Items im Petto, das könnte alles aber schwerer werden. Ähm, däm, 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 däm. Du, 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 bamm, 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 bamm. Oh, als ob. Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt auf einmal? Quickel will ich uns ein... Ja, natürlich, warum nicht? Erhöhnt die Preise, zudem ein Eisens... Ich hab kein camp ich brauche entweder ich krieg so ein orb oder Kannst nicht mitmachen quickel das tut mir leid für dich Okay Okay Ja, ich bin dann überlegen wir das machen jetzt mit quickel Das wäre blöd wenn wir den verlieren aber kann gut sein ich wüsste jetzt nicht was ich Ändern sollte Die musik Ich liebe alles Neues level ab wie ich bin da mother fuck der steuer Oh, yeah, ich wollte das wort nicht komplett sagen weil das ist ja hier ein kinderfreudig spiel und da will ich solche wörter eigentlich nicht sagen Deshalb Oh Ein kampf umfälliges pokémon gut dass wir äpfel haben das können wir dann nämlich rekrutieren wenn wir die passenden camps haben Was geht ich habe ein apfel für dich hier Ich hoffe wir haben können dir ja auch ein camp bieten sonst schlecht wird ein großer apfel perfekter apfel top elixier oder beleber sein von einem team Benutzt bleibt danach je nach item ein apfel top elixier oder mini In der sammeln das ist neu das ist ja richtig cool Das ist cool Dann 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 dumm der müsste eigentlich dann machen und nicht um dann dumm dann vielleicht habe ich nicht nur verhört es kann auch sein egal ist sie wichtig ihr wisst nur ich liebe die soundtrack von diesem spiel deshalb muss ich mich darüber auflegen wenn nicht was mir was nicht gefällt mit zur seite ein sonnflora schönen guten tag so flora wie kann ich ihnen weiterhelfen gibt es einen klaps aber wir sind die auf dem hintern du dankeschön das immer gerne mit du lassen wir gerne mal eine frage wäre da läuft und es ist andersrum das finde ich nicht ich bin überhaupt nicht durch nene hey aua was soll das bahn das macht viel damage ein moment wir können auch diesen zweig den wir haben ne ok naja egal ich bin überlegen worüber man reden kann am besten mal einen apfel essen würde ich sagen ich habe da noch einen großen apfel nom ok das ist cool ich liebe mogebaum wo man hat so eine ganz ganz kleine animationen hier im original natürlich das breit hat sich überhaupt nicht bewegt hatte keine animation das ist voll cool das jetzt zu sehen das war so cool als es einfach nichts gemacht hat mogebaum wins by doing absolutely nothing ich liebe die alten sounds wir sind super dann denn da die köche aufheben o estás wir mittlerweile mag ich sogar das vorspulen ist von nicht so toll wie damals aber Das ist nicht schlecht mittlerweile finde ich nicht mehr schlecht Wo ist die treppe ich kann sie nicht finden Wir können ja mal währenddessen den auto mode an machen weil warum nicht Ich auch mal zeigen Das ist unmenschlich hier Habe ich überhaupt für sonnenflora irgendwas item heilkraft erhöht bei allen team mitgliedern die wirkung von items die kp heilen oder den magen füllen okay cool Ich kann ganz so und voran glaube ich sogar behalten das ist ja doch cool ich war im auto maut Aber ich finde gut dass die gegner mittlerweile etwas stärker geworden sind warum gehst du da lang egal Wie in dem item oder was ja wahrscheinlich in dem item Sack Ja weiß 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 klapser klapser Das ist doch wohl ein witz Das ist doch wohl ein witz Das ist doch das ist doch wohl ein scherz Das kann doch jetzt wirklich nicht sein dass ich so viel glück habe Und knilz Und knilz Uabsorber auf dem knilz das macht natürlich sehr viel sinn Äh egelsamen ja ich weiß noch was egelsamen macht Man sollte schon pokémon gespielt haben bevor man das hier gespielt hat leute Macht dann mehr sinn müsst muss man nicht wie man gesehen hat aber Es würde mehr sinn machen und ich denke mal alle die oder zumindest fast alle die hier gucken kennen mindestens ein pokémon spiel Ja Ich glaube hier unten ist es Habe ich recht bitte Yes Es wäre egal gewesen wo ich lang gegangen wäre egal E7 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 Und wir sind immer noch nicht da Meine güte Was ist denn das hier Und da kommen gehen auf uns zu Komm ins team Äh hier unten ist ein item Ah komm ich aufheben verdammt Oh Gott Warum sind es so viele ladybars Ich habe alle auf einmal aufgeweckt Oh Gott nein Warum mache ich das Oh oh nicht konfusion Oh oh nicht konfusion Nein nein Alter nein Nicht konfusion Damit greife ich random irgendjemanden an Und gehe auch random irgendwo hin Oh nein Oh nein ich bin dort Oh nein ich bin die beliebersam Oh mein verwirrung ist weg Bam Kilt es Nein Verdammt Kilt es Nice Oh wer 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 Pika Geht doch nicht alle rein Sei denn dumm Und die anderen lassen aber in ruhe du Das war genug stresse E8 Was ist denn das was ist denn das was ist das so ein buchmann ich erkenne es nicht ich erkenne es nicht welches buchmann ist das oh gott Oh Gott Du bist ja auch hier Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Es lebt noch Zack Wir brauchen ganz strengt belebersam Wir werden die gleichen auf dem boss treffen Oh Gott Hi wer bist du Oh das ist Teddy Ursa Oh mein Gott ich brauche ein Teddy Ursa Ich brauche es Es ist so niedlich Yes Oh nein ich habe das Camp nicht Unnachgiebigkeit Er leidet ein Teammitglied durch die Attacke eines Gegners in der Nähe Schaden steigender Angriff und der Spezialangriff dieses Teammitglied Ja ich weiß ich habe noch keinen Camp ich brauche dieses Orb Kacke Das gibt es doch jetzt nicht Oh nö Wie es rum lagts Oh seh ihr das wie es rum lagts Das sind aber keine flüssigen FPS die ich sonst immer verspreche Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Nein Das ist äh Käfer Glaube ich Komm Typ her sich noch Oh mein Gott macht das viel Damage Ich heil mich Habe ich ne Habe ich ne Sinelbeere Yes Ich hab auch nen Apfel Ich brauche Items man Alter warum macht ihr so viel Damage Digga Nein Oh mein Gott Oh mein Gott oh mein Gott Verreckt doch Verreckt doch Ich kann es nicht fassen Ich kann es nicht fassen Ich kann es nicht fassen Ich kann es einfach nicht fassen Wie viele Was einer muss ich verabschieden Ja wir haben zwei Sonnenflora Von da Verabschieden wir denn mal Doch du kannst weg Ja bye Oh level up für mich Level 15 erreicht damit Ich hätte vor der Aufnahme Wahrscheinlich eher noch Camps kaufen sollen so viel wie geht Oh man bin ich blöde Bodycheck Fake Ist starke Attacke Aber ne Ne würde ich nicht sagen Wir lassens Ich möchte das nicht erlernen du mein Freund sorry Wir gehen erstmal nach oben Oh nein Tu nichts unüberlegtes Oh nein Oh nein Weg hier E9 Ich werde dir verrückt bei dem spiel Ich werde dir sowas von verrückt bei dem spiel Bringt sie überhaupt irgendwas Irgelsamm auf den Kuckoo Weil anscheinend schon Hat ja Geklappt Ok es ist schon down Ähm Nein Ich will nur dich wegpacken So Ich weiß es uns verfolgt Wärts Aber ich versuche es zu ignorieren Denn das habe ich jetzt eh verkackt Oh Gott schon Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Da bleibt er stehen Ich muss helfen Wir schaffen das nicht Oh Okay Ich hoffe es ist anstand doch Oh nein Ich habe kein Apfel mehr Ich habe kein apfelmann Was? Oh, den kann ich doch essen. Den kann ich doch essen, oder? Wow! Ein Stück. Das ist untertrieben. Okay, war aber ein großer Apfel noch. Okay, E10. Es ist immer nicht vorbei. Wir haben Apfel. Großer Apfel füllt alles auf. Yes! Okay, Jungs und Mädels. Kommt mal mit hier. Oh mein Gott, ein Apfel. Das Spiel liebt mich. Zack, zack. Ja, hier oben das Geld kann man noch nehmen. So, weiter geht's. 11 Es ist noch nicht vorbei. Oh nein. Sichtle is going to die Warum sah ich das Geld nicht auf Warum sah ich gerade das Geld nicht auf Das ergibt aber gar keinen Sinn hier. Okay. Oh Gott. Nein, was mache ich denn? Gott. Piss dich Oh nein Trau dich doch Ja, bist cool. Nee Er lebt noch. Oh mein gott. Oh mein gott. Oh mein gott. Ich darf einfach an egal was Verdammt Ich habe nur noch normalen belebersamen Kacke Ich würde sagen ripp ne War es das hier? E12 Oh mein gott Oh mein gott Aber dafür werden die folgenden schon lang Oh nein Aber ich bin froh, dass das spiel schwerer ist als ich dachte Wer 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 denn Was? Nein, nach 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 da nein 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 doch schaffen es Geht durch Was? Das ist ein Gegner? Und ich habe auf die map geguckt Nein Oh lol Alle außer ich Sichler, 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 sichler Oh mein gott, sichler Nein, da ist noch einer Nein Oh mein gott Oh mein gott Nein, Sonnenflora Nein Ich tue es Das war dumm, oder? Nein Nein Okay, kommt kein Gegner von der Seite Äh Nichts Rankenhieb Igelsamen Igelsamen Und dann einfach random irgendwas Mir egal Oh jetzt haben wir alle Unten Ey Was soll denn das? Oh Nice Igelsamen regelt Okay Top Aether Trinken Äh Pff Ach, keine Ahnung Nicht für mich Für Für Beep Ampelleuchte Hä Warum Möchten Sie Einmal zugemacht Wenn Beep ist noch getrunken Ach, eh Was auch immer Oh, das war's Verdammt Jetzt werden wir die meisten nicht mehr rekrutieren können Egal Wir sind ganz schön tief in den Wald vorgedrungen Ich frage mich, wo wir sehr können weiter vorne finden Stopp Dreimal dürft ihr raten, wer Sapkorn zuerst findet Wie natürlich Hehehehe Ich bin untrüstlich Aber für euch ist die Endstation Wie, was? Hey Genka Wieso legst du dich immer mit uns an? Hä? Hast du das etwas schon vergessen? Wir wollen doch die Helderschaft Raupis Mama Wird uns Reicht belohnen Und Raupi wird dem Team beitreten Das bringt uns Unserem Ziel näher Hehehe Und ihr seid uns dabei im Weg Tut mir echt leid Aber ihr erinnert euer Abenteuer Auf nimmerwiedersehen Oh Nie Kampf gegen Gaggart Phh Oh No Kampf Gegen Gaggart Wir kämpfen gegen Team auch bekannt als die Okay, ich darf nur sagen kurz gucken Ich möchte gucken kann ich schauen team info Wir gleichen alles und wenig okay für vier unseren flora sollen leben okay Verstanden Ja schlamm hat mich am besten Verdammt es gibt effektiv gegen geist ich hab's vergessen Es tut mir leid Oh nein oh nein oh nein Gott schlamm bad ist auch sehr fiktiv oder nicht also es macht zumindest nicht ganz zu wenig Ja kannst du gern essen Ja komm kill hat nicht Gengar Der kriegt schon so viel damage Killt ihn Warum greifen alle Pfiffchen an? Warum nicht mich? Greif doch mich an Ey Lass Pfiffchen in Ruhe Oh mein Gott Pfiffchen, du überlebst das, oder? Nein Belebersamen Mein letzter, glaube ich Komm, ich gehe rein dafür Obwohl das war eine dumme Idee Oh mein Gott Ich glaube das war nur so Gengar's down Gengar's down Gengar's down Ohohohoho Das war doch keine dumme Idee Ohohohoho Das gefällt der wohl nicht, wa? Zack, zack Militale stone Komm, rettern, rettern, stirb Rettern, du blöd Mann, stirb Klemme Ja, ich weiß, dass du es Greif an, neuerung Jungs, greif an Jungs und Mädels Yes Das werden sie bereuen Darauf könnte ich verlassen Das war aber wieder ein Schuss in den Ofen Rettan Ehrlich sind wir diese Nerven sägen, los Jetzt müssen wir nur noch Safcan finden Äh, Entschuldigung Such dir vielleicht nach mir So, es darf kein sein Komm, wir bringen dich nach Hause Raub ich schon ganz krank versorge Hurra Ich hatte Angst Also habe ich mich hier versteckt Mein Panzer gehärtet und gewartet Danke So, wir kriegen einen Regenbogengummi Äh, Quickel Gib mir Geld Wollen wir es nicht rekrutieren können Pfiffchen bleibt auf jeden Fall bei uns Ja So, und da ich jemanden kenne Bei dem Pfiffchen sein Lieblings-Pokémon ist Nenne ich, benenne ich ihn danach Und zwar Ist das der Underdog Ja, ist jetzt keine Werbung Oder so Ja, ich benenne ihn einfach mal so Underdog Yes Sonnenflura Du bleibst auch im Team Also nicht im Team Okay, das vielleicht Aber du kommst auf jeden Fall mit Äh Ne Der User kann leider nicht mitmachen Aber gibt uns Geld Das ist klar auch Aber gibt uns Geld Ich freue mich so, dich zu sehen Ich mich auch, Robi Wie klar, Mike Ich weiß gar nicht, wie ich euch daten soll Leider hab ich kein Geld, um euch zu bezahlen Ach, mach dir keine Sorgen Wir wollen noch gar keine Belohnung Hauptsache ist so, dass Safcon gesund und munter zurückgekehrt ist Ich weiß nicht, was ich sagen soll Ihr seid Ihr seid noch viel cooler, als ich dachte Wenn ich groß bin, will ich auch mal in einem Retter-Team beitreten Was für eine Begeisterung Du bist sicherlich mal ein guter Retter Mir kommt eine Idee Mike, was hältst du von diesem Ort hier? Warum errichten wir nicht gleich hier eine eindrucksvolle Basis für unser Team? Da, wo du wohnst Wow, wie cool, eine Basis Wenn ich groß bin, will ich auch hier arbeiten Ich auch, ich auch Haha, so machen wir es Lass uns hier eine richtige Basis für unser Retter-Team bauen Jojo, warum nicht? Das ist doch cool an Mike, Pika, nochmals vielen Dank Keine Ursache, macht's gut und passt auf euch auf Tja, verdient haben wir zwar nichts, aber was will man machen? Dafür haben wir gerne gezeigt, dass er mit uns nicht rumspringen kann, wie er will Uff, das war ein anstrengender Tag Lass uns morgen weiter machen Schlaf gut Gute Nacht Das war echt anstrengend irgendwie Am nächsten Morgen Pikachu? Da bist du, Pika Morgen, Mike Gehen wir auch heute unser Bestes Ähm, hallo? Nein, nur, wie könnte das sein? Äh, seid ihr das Retter-Team Epic? Ja, korrekt Hm? Moment, bist du nicht Bitte helft meinem Freund, bitte Ich brauche Hilfe Auf keinen Fall Philo, arbeiten wir nicht, kapiert? Ich will schon das Tester sehen Aber mein Freund braucht unbedingt ein Windschluss, bitte Ich erinnere mich an dich Du bist doch das Papunga vom Pokémonplatz neulich Das Team von Tengulis hat deinen Rettungsauftrag übernommen, oder? Ja, das stimmt Allerdings ist Tengulis, ähm Er ist noch nicht zurück von seiner Mission Was, sagst du? Mein Freund Papunga wurde zwischen zwei Felsen eingeklemmt Wie Papunga können zwar überall hin, wenn unser Wind trägt Doch obwohl dichte Wolken im Himmel hängen, weht nicht das leiseste Lüftchen Nicht mal eine Brise? Das ist aber seltsam Mit seinen Blätterfächern kann Tengulis starke Winde entfachen Ich dachte, so ein starker Windschluss würde reichen, um meinen Freund zu befreien Aber Tengulis ist noch nicht zurückgekehrt Dabei klingt der Afra gar nicht so schwierig Echt seltsam Oh, dein Blick sagt mehr als tausend Worte Mike Alles klar, wir gehen sie suchen Wirklich? Vielen Dank Aber sicher, du kannst auch von zählen Auf geht's Mike Oh yeah Das machen wir So, kleiner Bonus noch für diesen Part Ich packe nämlich noch rein, wie ich ein paar Sachen bei Knudelluft kaufe Ähm Was wollen wir denn kaufen? Welche Pokémon am besten Für alle die wir bis mittlerweile rekrutieren können Das wäre glaube ich am klügsten Zum Beispiel Für sich da zum Beispiel mehr was Das kostet so viel Viel egal Wild Wucher bald kaufen wir Da haben wir ihn So Dann gucken wir mal weiter Ähm Quiekelt halt die Ursa sind beide was anderes Ähm Wenn ihr erstmal Quiekel würde ich sagen 800 für den Frostflocken Für die Frostflockenhöhle Tadaa Nice Die haben wir dann auch schon mal Ähm Für wen noch Die mehr werden nicht angezeigt Wir hätten sogar die sich an Tofu Tofu küssen Lol Ähm Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Haut rein Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Bis zum nächsten Mal wieder Ben